...eine Ärger sozusagen, dass nach sich, äh, so dass jetzt irgendwie nachträglich nochmal dann irgendwas kommt. Wir wollen einfach da nur noch friedlich weiter unserer ehrlichen, bürgerlichen Arbeit nachgehen und möchten danach wirklich keine Folgen daraus haben, dass wir jetzt hier ehrlich protestiert haben, gesponsert von Ferrari und Co., äh, weil wir hier noch ein kleines Museum aufgebaut haben. Einmal bitte alle zum Verhandlungspartner. Also wie gesagt, das muss dann wirklich so bleiben. Gehen, gehen. Er soll sehen, wer wir sind. Wissen Sie in Ordnung, Sie werden dafür nicht gesetzlich angelangt oder sowas? Wie ist es jetzt hier so, dass Sie hier nicht passieren? Ah, und jetzt hat der gestern eine Frage. Nein, Ihnen passiert nichts. Sie haben frei, es ist vielleicht, solange Sie jetzt nicht gleich bei illegalen Aktivitäten erwischt werden. Wie ist Ihnen nichts passiert? Alles ist gut. Okay. Herr Suppe, sind Sie nervös durch die vielen Leute? Ja, vielen, vielen. Sie stottern so. Jetzt kommen immer mehr Leute aus den Schatten gekrochen, das wird ein bisschen unheimlich. Ach, so viele sind wir gar nicht. Der Nachricht ist auch hier. Hey, es ist Channel 1 News. Das ist die Starry, wo sie uns gibt. Sollen wir mal alle salutieren? Welche Taste? Genau. Falsche Taste. Das ist korrekt. Aber wir bleiben bitte, weil Sie okay. Heli hoch wieder. Oh, Heli, komm. Geh mal hoch. Also, das... Okay, herzlichen Dank, Officer. Alle salutieren heute. Das ist korrekt. Okay. Es wird natürlich dann auch für die guten Proteste, beziehungsweise die guten Medienberichte über Weed eingesetzt und für keinerlei illegalen Aktivitäten. Das dient wirklich lediglich dazu, das Weed an den Mann zu bringen und die Leute darüber aufzuklären, dass Weed gesund ist und gut ist. Und ja, dafür spenden wir natürlich das auch. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn Weed legalisiert ist, würde ich sagen. Ja, dann werde ich mal Feierabend habe, dann komme ich mal auf ein Jointchen vorbei. Okay. Aber wie gesagt, ich würde dann schon gerne auch sehen, dass ihr jetzt hier abzieht. Ich gucke mir das dann da mit meiner Chauffeurin aus der Interne an und... Alles klar. Alles klar. Alles klar. Bitte, sagst du mal, wenn ich Feierabend habe oder so? Auf jeden Fall gerne. Auf jeden Fall gerne. Ist die hübsch? Wissen Sie mit dem Herr Ferrari, der hat wirklich ein paar schöne Fahrzeuge organisiert? Ja, das muss man echt sagen. Also, das ist ein schönes Museum hier. Ja, das ist ein schönes Museum hier. So, winkt ihn ab, ab in die Fahrzeuge. Er soll da jetzt Schluss machen, bitte. Okay, wir sind dann mal weg. Guten Abend, tschüss. Haben wir die Schranke wieder offen? Der Arcon hängt sich bitte vor allem vor der Schranke. Der lässt die Schranke zu, wenn die einen Taya noch wollen, irgendwie. Ja. Für den Fiebund oder... Nichts. Fährst du da gerade raus, nichtschen? Äh, wo soll ich auch einsteigen? Ja. Ich bin unter dem. Achso, setz dich irgendwo mit rein. Am besten, setz dich bitte den Tempest.